ja grüß Gott Boschner Mädels heute sind wir zu zweit ganz alleine sind wir ja nur Mitch war ja krank er hat gesagt komm bevor ich mit anderen fahre will ich es mal mit dir versuchen eine kleine Runde wir schauen ob es mal eine kleine Runde bleibt oder ob es eine größere Runde wird wissen wir nicht wir testen jetzt gerade mal DJI mit kleinen Büschelchen wegen den starken Windgeräuschen die wir haben immer schauen wir mal ob es was bringt seht ihr ja selber brauche ich ja nichts sagen ja ansonsten gehen wir heute ein bisschen erkunden Erkundungstour auf mein home trades wir kennen uns sehr gut aus aber hier ist leider auch viel gerodet worden ja viel guck mal deswegen alles blatt heute mal ein bisschen erkunden und dann werden wir demnächst mal wieder mit den Jungs hier hinfahren ja wenn wir dann was anbieten können 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 wir bestimmt wir werden schon was finden hey hey du mal hey du verbindest hier mit meinem Fahrrad Kollege jetzt hat sich die App gequascht Specialized Specialized Übrigens der Mitchie ist im Beta Programm gibt demnächst ein paar geile Features darf ich nichts sagen darf ich nichts sagen ja bis gleich auf die drei der ist eigentlich schön der war gut zum einrollen ich bin im Anstieg von oben hier schauen wir mal ich glaube es ist scheiße das stimmt der ist einzig negativ ok ich glaube links rum war da ne ich habe den Sattel so weit oben und dann mal hin zum mal hin so ja ist auch nice da war ich schon nicht wie ohne alter ich glaube wir fahren ich weiße nicht ne ne da ist die gleiche die letzte mal die Wurzel sind krass alter der Baum ist aber neu glaube ich hier oder weiß ich nicht schade alter der war jetzt eigentlich ganz gut fing der oben an dann geht der kaputt leider der oberen Teil ist geil mit dem geschepper da ja da fühlst du richtig an den Alin ne weil du nicht weißt was passiert richtig sodelö oben sind wir ja oh ja jetzt muss ich nur irgendwas trinken ja eiskalt hier wo gibt es Gas jetzt ja 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 ah Yeehoo! Ich seh nix! Tehnen in den Augen! Ich hab die Kopfklubs auch wieder! Ah! schön eingefahren jetzt auch aber da war ein baumschumpf der war dünn und hoch alter hab ich angst gehabt bin ich genau zugefahren du wirst mal wieder reinkommen hast auch mal so dicke banken gehabt krass boah ist ja schön boah ist das schöne ja 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 da ja war das schon immer ne 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 hier geht es auf jeden fall noch nie lang glaube ich ja 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 richtig genau also haben sie umgelenkt ja auf jeden fall war gut war sehr gut oben mega eingefahren jetzt alles so hier ist der beste test es ist sehr windig hört ihr irgendwas wenn ihr nichts hört ist gut ich hab viel zu leicht den gangriff ist ja mit rate stehe gut aber mal ja seio Das gibt's doch gar nicht. Der ist komplett weg. Warte, Marcel, ich glaub da ist irgendwas. Ja, ist hinten drin. Nee, noch nicht. Scheiße, jetzt haben wir keinen Speed mehr. Doch, da. Doch krieg ich den gesehen. Die Kette ist runtergerutscht. Der Shimano. Der Shimano. Shimano. Was passiert hier, sag mal? Guck mal. Alter, was... Was ist hier passiert? Guck mal. Nee, sieht komisch aus. Ich hab jetzt hinten durchs Blech gerutscht. Was? Von nem ersten Leitröllchen. Aber wie geht das? Ja, jetzt wird die Kuss drauf gewesen. Ich hab da keine Ahnung mit. So. Nee, guck mal, jetzt kann ich mehr hier drauf. Was ist passiert? Jetzt ist das Bleitblech gerutscht. Wie geht das? Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Nimm jetzt mal ernsthaft. Ralle. Wo bist du, Alter? Ja, das ist krass. Das ist mal richtig krass jetzt. Das ist ein Phänomen, Alter. Ehrlich. Das ist ein Phänomen. Guckt euch das an. Guckt euch das an, hier. Der guckt euch das an. Der ist noch nie mehr drauf, hier. Kommt einer, Jo. Hallo. Alles gut? Kleine Panne. Guck mal hier. Während der Fahrt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Hä? Ja. Das frage ich mir auch, hä? Kein Plan, wie das jetzt passiert ist. Wirklich, also ich bin ratlos gerade. Wie geht sowas? Sicher hat doch das Leiblicht gerutscht. Aber geht doch nicht. Da sind doch die Rollen zwischen. Ich checke es nicht. Da muss mein Ding ins. Der hängt aufm. Ist dein Schaltauge verrutscht? Nee, kann nicht sein. Das kann nicht sein. Irgendwas ist komisch auf jeden Fall. Irgendwas, ey, das kann doch nicht sein. Ich warte, du musst natürlich weiter nach vorne. Ja, ja. Ja, ja. Und, äh. Ist das überhaupt abgerissen oder? Doch, das ist das Ding ins hier. Klar. Das ist komplett anders. Ja, ja. Da ist gerade ein Stock zwischen. Ah, genau. Ganz genau. Richtig. Krass. Das ist krass, ey. Ja. Das ist übel, ey. Das ist wirklich... richtiges Phänomen jetzt gerade. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Ja, danke euch auch. Ja. 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 Oh, oh. Das ist ein dicker hier. Aber sag mal ganz ehrlich, wie geht das, Alter? Ja, das wurde so ist, Alter. Ja, normal. Junge, du hast wohl das Dingswerkzeug mit, das so. Ja, ja, guck mal hinten. Vier. Ach, du, du, du. Vier. 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 Ach, das ist falsch rum? Warte mal. So steht 25 Minuten. Also andersrum. Ich will da lösen. Ja. Guck. Sag mal so vor. Siehste. krasse scheiße alter jetzt mal ehrlich wie gärtner das ist richtig übel was hat das mit shimano zu tun das ist special ist das ist special ist das ist der dinge ist normal schalter urd genau das ganze ist das schalte auch jetzt aber jetzt aber ja doch ja klar jetzt geht es wieder laufrad bester rucksack junge ich nutze den anderen gar nicht mehr in den airgon kann ich verkaufen ich habe keine bock zu verkaufen wie so jetzt schon sagen ist mir alles zu hoch ich bin schon so alt für den scheiß rucksack hast du gemacht ok schalten die kann alles shimano kann gar nichts gopro war auch müll gopro und shimano ist absoluter müll diese muss ich denn was drauf waren so staust ich doch sie sag dir sauraouch richt hier ein Es hat wieder eine Rampe hier. Ja, was hab ich dir gesagt? Krass Junge. Ja, dein Arsch sagt doch was anderes gerade. Geil, ich hab's vermisst. Hier, hier, hier. Es ist gar nicht steil hier. Gar nicht steil. Das ist aber ein komischer Drop hier. Hier bin ich schon gefahren. Ja, ich auch. Ich bin runtergeplumpst. Pass auf, guck mal, du musst außen fahren. Wir sind außen fahren müssen. Ja, ich auch. Ja, wir sind jetzt innen gefahren. Wir hätten außen fahren müssen. Genau. Wir sind außen fahren müssen, wenn wir da reingekommen. Dann kommen gleich sofort die Dinger hinter. Beim Rollen, guck mal. Vollrad weg. Und das war's. Ja, und noch ein. Ja. Hat noch gar Bock. 3, 2, 1, das geht wieder raus. Ja, wir sind auf den Weg. Ein bisschen lämig, Marcel. Ja, da kennt er wieder, ja, da war es So, jetzt Tropfen bin ich vergessen ne, wow, 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 wow Alter! Boah! Kein Grip, alter, auf den nassen Wurzeln. Meine Bremse lässt schon wieder nach hinten. Komisch. Ist aber neu hier, dass aber neu. Korrekt. Das weiß ich ja nicht, Alter, keine Ahnung. Ja, ich kann gar nichts machen, ich weiß gar nicht was. Ich kann mir aber nicht frei bleiben. Hey Mambo! Junge, Junge, Felge und Pikatöchen. Boah, Alter, der ganze Rahmen. Der haut mir die Äste vor das Vorderrad hier. Um die Steinchen. So, 3, 2, 1. Schön eingefahren. Höhen eingefahren auch. Höhen eingefahren auch. Höhen eingefahren. Höhen eingefahren. Höhen. Höhen. Höhen eingefahren. Höhen. 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 verblasen. Wohin mit dir? Püschelchen ist weg. Püschelchen hier ran. Ja, die halten wirklich nicht. Da muss gleich einen Tropfen Sekundenkleber drauf machen. Ja, geradeaus, geradeaus. Ja, am Baumwurfer. Ja, genau da. Zu ist, kann ich gehen bei mir. ... Das ist schon wahrgegnig hier, alles bescheuert gemacht. Hier rein Junge, hier rein. Ich hab nur noch die Ico, die hat nicht. Dann liegt der schon wieder, Alter. Dann liegt der schon wieder, Alter. Das gibt es doch nicht, Alter. Ohne Scheiße, das geht nicht. Guck mal dein Bein. Guck mal dein Bein. Ist alles gut, Alter? Tut das nicht weh? Ich weiß nicht, Lotte, guck dir das Bein an, Alter. Man verdreht ihn mit dem Speichel da hinten. Ohne Scheiße, ich hab nix gemacht. Nee, du hast gebremst. Was machst du gerne? Nee, ich wollte noch ein bisschen filmen hier. So, wie du das immer machst. Ich helfe lieber bei dem Fahrrad hier im Abend. Specialized, auch mein Arm ins Kleine. Das hast du dir gelangt gemacht. Was ist hier? Da, da bist du rausgerutscht. Guck mal hier. Und das war's dann mit dem Vorderrad. Agotal. Agotal, ich weiß nicht, warum machst du das? Du bist doch dort eigentlich. War so ein Klo. Ja. Fahren wir aber jetzt hier die Pisteleine runter, ne? Vielleicht ist sie ja besser geworden, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, Junge. Braun Sneakers, Alter. Ich bin dort vor. Wir müssen ja jetzt Fischstäbchen kaufen. Heute gibt's Fischburger. Designed by Marcello. 25 Fischstäbchen für mich. Guck mal, du schaffst vielleicht vier Burger. So, das sind drei, sechs, neun, zwölf Fischstäbchen. Ja, du musst aber auch für mich bitte reinrechnen. Ja, ja. Vier Burger mindestens und ein halbes Fischstäbchen Pommes. Ach ja, die Puppen sind's auch noch. Guck mal. Ich bin unglücklich. Ja. So. Leider nur 1000 Fiat Höhenmeter gemacht heute. Aber naja. Vielleicht ist ja morgen gutes Wetter, dann fahren wir morgen auch nochmal. Heute ist ja Samstag. Morgen ist Sonntag. So sieht's aus. So. Warte. Ich muss nochmal... Ich schneide gleich das Video bei dir. Ja? Ja, genau. Der Mitch schneidet gleich das Video bei mir zu Hause, damit ich lernen kann von ihm. Rein in Zukunft werde ich schneiden. Er hat keinen Bock mehr, der Lappen. Ich hab 230 Videos gemacht. Irgendwann muss ich auch mal ein bisschen... Er muss Pause machen. Außer dann bin ich virtueller Rennfahrer. Ich hab auch noch andere... Er hat noch andere Hobbys, außer das Schneiden. Und dann hab ich auch noch ne Tochter. Die Frau ist egal. Die Frau ist egal. Die Tochter ist wichtiger. Ja, so. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Bis vielleicht morgen. Das Video kommt dann... Dieses Video kommt heute oder morgen. Und das Video von morgen kommt dann Dienstag oder Montag vielleicht. Mal schauen. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.